Im Gegensatz zu einer akuten, zum Beispiel depressiven Krise oder Panikattacke soll der Begriff Persönlichkeitsstörung zeitstabile, also über Jahre und immer bestehende Verhaltensmuster beschreiben, die für den Betreffenden schädlich sind. Das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt aus meiner Perspektive zum Beispiel über eine narzisstische Persönlichkeitsstörung spricht. Das heißt, das sind Menschen, die immer mit der Frage der Größe und mit Kleinheitsgefühlen ständig beschäftigt sind und das über die gesamte Zeit. Nicht so doll, dass sie quasi nicht mehr das Wett verlassen können, aber jede Interaktion, jede Begegnung ist sehr stark davon beeinflusst. Diese zeitstabilen Verhaltensmuster, die unsere Persönlichkeit ausmachen, definieren eben auch die Persönlichkeitsstörung. Das Hauptkriterium allerdings für die meisten Persönlichkeitsstörungen ist, dass man selber sagt, man leidet drunter.